Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Dead by Daylight in Gideons Fleischfabrik mit unserer singenden Jägerin. Gehen wir doch mal auf die Suche nach unseren Überlebenden. Gehen wir mal direkt mit dem Kopf durch die Wand. In dem Falle mit dem Beil durch die Wand. Und hier wieder. Dankeschön. Rechts lang gelaufen. Und wieder rechts lange laufe. Und will es jetzt wieder rechts laufen? Ernsthaft? Ja, was du kannst. Kann ich nicht, aber dafür kann ich das. Und dafür habe ich die weißen Haken. Ich habe doch hier unten was gehört. Da hocken sie es bestimmt. Das werde ich mal liegen. Damit werde ich zurücksetzen können. Aua, wie spaltig. Geht ihr wohl von meinem Generator weg? Und von meiner Meg. Die gehört mir jetzt. Jetzt muss ich hier auch noch eine Ehrenrunde drehen. Ja. Ach ja. Schade. Oh, der hätte getroffen, wenn ich ein bisschen höher gezielt hätte. Komm, Meg. Bleib. Du kommst an den Haken, ob du willst oder nicht. Gehe ich mal neue Beile auffüllen. Ich habe das gesehen. Natürlich. Du bist hochgerannt. Das habe ich gehört. Ich glaube, jetzt haust du mir die Palette vor dem Latz. Ach ja. Klappt doch immer wieder. Ja. 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 Du bist Nummer zwei. Guck, guck. Da nicht. Müss ich mal da hinten gucken. Da auch nicht, aber dafür da. Abgehangen. Oh, da kümmere ich mich jetzt gerade nicht drum. Schauen wir mal dort hinten nach. Hier waren wir schon. Nee, hier wollen sie nicht. Dann gehe ich doch einfach mal hier hin. Na, hier wollen wir auch keiner. Der ist nicht. Ah, da hinten. Danke, alter Mann, für die Palette. William. Uh, das war gut. Aber noch mal macht sie das nicht. Genau. Oh. Ist es da lang? Nope. Aber abgehangen. So, dich habe ich jetzt zufällig gesehen. Und dich habe ich aus der Ferne getroffen. Oh, das war ein Bilderberuf. Das war aber, glaube ich, mehr Glück als verstandlos. Ich kann es ehrlich gestehen. Ich schreie doch nicht so rum. Gibt Schlimmeres. Oh, da habe ich ja. Per Zufall. Oh, da habe ich ja. Oh, da habe ich ja. Ah, ihr lauft da wieder. Schön ist das. Eine schöne, ruhige, gemütliche Runde. Jetzt kann ich den wieder ein Stückchen mehr zurücksetzen. Bisschen Haken in der Nähe. Jawohl, direkt hier. Ja, schrei für mich. Alle sind hochgehalten, das ist schön. Ja, hier nicht. Oh, hier war jemand. Wollen wir mal direkt wieder hinlaufen. Ja, da habe ich dich zum ersten Mal getroffen. Ja, da habe ich dich zum zweiten Mal getroffen. Ja, du bist doch die, die so schlimm gewickelt hat, dass ich die fast verloren habe. Aber die schenke ich auch auf. So, neue Beile holen. Das muss ja alles in Ordnung haben. Geredet, sehr schön. Hier ist jemand. Hier ist jemand. Oh. Oh. Dann bringen wir dich hier in die Nähe vom Kühlhaus hin. Da muss ich jetzt wieder so weit laufen. Jawohl, ja. So muss das sein. Ich liebe das. Jawohl, schon wieder gerettet. Da ist jemand. Das tut mir leid, William, aber... Was soll ich da zu sagen? Da kann ich nichts zu sagen. Du bist tot. Na, wo läufst du hin? Ja, genau. Lauf. So gefällt mir das. So, schaffe ich dich jetzt in den Keller? Ja. Was müsste ich ja eigentlich schaffen? Jawohl. Dann holen wir uns weg mal neue Beile. Oh. Sie haben es geschafft aufzumachen. Das muss ich, glaube ich, ganz schnell hoch. Weil über mir ist ja... Das sind ja die Tore. Hier nicht. Dann bestimmt dort hinten. Ja, da sehe ich es auch schon. Was soll ich jetzt da liegen? Was soll ich jetzt da liegen? Was soll ich jetzt weg? Oder hilfst du deiner Kameraden? Das ist jetzt die Frage. Okay. Okay. Wie hat die das jetzt bitte aufgemacht? So, du bist raus. Ja, komm. Ich bin ja nicht so... Ich bin heute mal nett. So. Ich fand es eine schöne Runde. Da kann man ja auch mal zwei entkommen lassen. Ja, acht von zwölf. Kann ich mich nicht beklagen. Ich fand die Runde spannend. Klassenfortschrift ist plus eins. Ja, was will man mehr? Äh, zwei von zwei. Gut. Ich hätte auch... Ich hätte drei von vier... Äh, zwei von vier. Habe ich bekommen. Aber ich hätte auch drei von vier haben können. Aber, naja. Was soll's. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich über ein Like, einen Kommentar und natürlich ein Abo freuen. Und ich hoffe, euch beim nächsten Video auch begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.